ja was halt ärgerlich ist dass das auf der karte nicht angezeichnet ist guck mal da sind wegweiser fisch in village cargo lift da lang und wills sollmüll radiotower und rüberkult zu fisch in village fisch in village ja hier mal runter fischer dorf ja kommen davon ist ja was also wieder unser kollege der pinkelte da gerade ich weiß es nicht okay lasst zum lift gute idee dann gehen wir erstmal zum lift einfach immer schön links halten da mussten wir schon die winde wechseln und bisher noch nicht alles noch trocken wir müssen hier quer durch den wald oder war der taschenlampe ok gruselig aus ne du auch komische kriegsbewahrung bin ich eigentlich ein kerl oder auch eine frau du bist ein kerl das kannst du aussuchen es gibt vier charakter die du auswählen kannst zwei männer zwei weiber ich bin quasi die jessica heißt die glaube ich was ist das denn für ein riesen pilz alter keine ahnung aber nehmen kann man den nicht das ist das denn für ein bisschen rumspringen hier hat was gesehen ok wir sind fast da glaube ich ne ich glaube auch du bist hinter mir ich bin hinter dir ja kann auf jeden fall nicht mehr so weit sein da rennen wir lieber nicht ne dann rennen wir auch dann rennen wir auch kommen wir nicht weiter kommen wir nicht weiter ne also ich komme hier nicht weiter ok dann müssen wir hier außen rum irgendwie scheint ja noch alles ruhig zu sein hier ist eine bärenfalle stellen die monster die eigentlich auf weiß ich nicht na kurz energie tanken aber wo kommen wir am besten hoch ich glaube wir sollten hier den weg einfach folgen naja oh miese vögel warum schleichst du denn so warte ich bärenfalle ja warte gibt bestimmt punkte ja bestimmt ich bin ja mal gespannt ob es irgendwie ähm ja punkte gibt wenn du halt äh rausgekommen bist keine ahnung weil immer dasselbe ist ja auch langweilig na stimmt schon ne so ein skillsystem oder irgendwas ne ja ja also dass du die halt vielleicht aus ausrüstung kaufen kannst weißt du ja pass auf da vorne ist ein gelber zettel lass den mal lesen wenn wir da rankommen ja da vorne ist wieder so ein laufender kürbis wo denn da hinten geradeaus ja guck mal da ist auch noch eine karte ja wir sind fast da 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 waren wir hier waren wir noch nicht ne pass auf hier liegt eine sicherung ich geh da mal hin ja da 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 Willst du noch leben? Lebst du noch? Nein, ich bin tot. Warum? Wo bist du? Hier unterlebe ich. Ich bin in unserer Höhle. Okay. Ja, lebst du jetzt oder bist du tot? Ich lebe anscheinend, aber ich weiß nicht, wo ich hier bin. Oder wurdest du irgendwie verschleppt? Ich glaube, ich wurde verschleppt. Ich bin in so einer komischen Höhle hier drin. Gott, jetzt bin ich ja ganz alleine hier. Du musst mal gucken, ob da irgendwo noch die Sicherungen liegen, sonst haben wir ein Problem. Hast du die nicht? Der hat mich da mitgenommen. Ich habe anscheinend alles verloren. Ich kann ja mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt, aber hier habe ich nur Taschenlampen. Ich habe hier nur Taschenlampen liegen. Der Typ ist gerade noch zu nah dran. Ich kann gerade nicht gucken, weil der Typ hier zu nah dran ist. Du weißt aber ungefähr, wo ich gestorben bin, ne? Ja, hier auf diesem komischen Parkett da, ne? Nein, nicht auf dem Holz. Ähm, wo denn? Von dem Holz weg auf diesen Weg quasi. Hier auf dem Hauptweg oder was? Ja. Warte, ich kletter mal hier gerade hoch. Also hier auf dem Hauptweg liegt nichts. Nein, hier liegt gar nichts. Weißt du denn ungefähr, wie weit du jetzt weg bist? Ne, das kann ich dir nicht sagen. Na, das ist mies, weil ich habe halt nichts, ne? Ich habe weder Sicherung noch irgendwas anderes. Ähm, ich kann gucken, ob ich vielleicht zu dir komme. Ähm, ja, versuch das mal. So. Alle entschärft. Da vorne ist, glaube ich, auch noch einer, oder? Kann das sein, dass es immer mehr Kürbisse werden? Weiß ich nicht. Oh, fuck. Was denn? Ich bin in eine Falle reingetreten. Oh, du Held. Oh nein. Ja, warte kurz auf mich. Also du kannst dich irgendwie selbst befreien, ne? Habe ich gerade. Ich muss schnell weg hier. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich einer hin. Ich denke mal, das wird hier immer mehr, ne? Mit Pfeilen und Monster. So, ich muss hier richtig gut aufpassen. Okay, wir müssen eigentlich ja hier rum. Ich glaube, da kommen wir vielleicht da lang. Digga, da kriegst du wieder Paranoias, Alter. Ach, frag mich mal hier. Ich versuche gerade irgendwie dahin zu kommen zum Aufzug wieder. Irgendwie finde ich hier immer eine neue Sache nach der anderen. Digga, ich schaue hier gerade, als würde hier gerade jemanden stöhnen, Alter, der sich hier gerade einen dicken Quickie gönnt, ey. Ja, aber hier, hier ist auch nicht gerade besser. Also, ich versuche mal zur Segemühle zu kommen. Oh, da ist ein ungeklickter Bahn. Digga, da wirst du verstörend, ey. Okay, kurz Taschenlampe wieder laden. Dürfte ja eigentlich nicht so weit sein. Jetzt brauchen wir halt eine neue Sicherung, ne? Hm. Wir finden bestimmt wieder eine. Oh, hier knackt das überall und diese Geräusche, ne? Was denn? Eingestürzte Brücke hier, oder so. Okay. Kommt man leider auch nicht rüber. Na, schade, dass man keine Map hat. Ja. So, dann laufen wir halt hier runter. Ich komme in deiner Richtung, bleib mal am besten stehen. Oder versuch mir mal, vielleicht ein bisschen entgegen zu kommen. Ja, klar, wo bist du denn? Ja, drück Kuh. Dann, was ist denn Kuh? Puh, steil ist er. Irgendwie. Ach, da lang. Du kommst aber den normalen Weg lang, oder? Durch den Wald. Ich laufe jetzt einfach geradeaus auf dich zu. Also auch durch den Wald, oder ihr auf dem Weg? Durch den Wald. Okay, mache ich das auch mal. Weil, keine Ahnung, wo der Weg ist. Aber gut, da ist ein Berg, da kommen wir nicht lang. Versuchen wir jetzt mal, den Kursi zu erreichen. Befindet sich irgendwo dort hinten. So, ich müsste eigentlich jetzt direkt hier auf dich irgendwie zukommen. Wie warst du denn da in der Höhle, oder wo du warst? Keine Ahnung. Ich bin da einfach in der Schnee wieder raus. Haha. Oh, Bärenfalle. So, da lang. Ich komme dir durch den Wald entgegen. Ja. Da ist schon unheimlich. Muss ich ja mal sagen. Kommen wir hier durch. Okay. Ich bin hier irgendwie an so einem Fluss. Ich bin hier in so einer Hütte. Ja, ja, warte, warte. Ich sehe dich ganz genau. Komm hin. Bin ganz in deiner Nähe. Ja, Taschenlampe. So, irgendwo da vorne jetzt müsste er sein. Ich bin ganz nah bei dir. Und fuck, Bärenfalle. Ah, ich hasse es. Oh, das hat hier jetzt nicht entschärft. Also, ich habe hier auf jeden Fall so einen Bootsmotor gefunden. Puh. Ja, ja. Ich kämpfe mich noch durch die Wälder. Oh, da ist noch so eine Hütte. Oh, da ist hier so ein Kollege. Müssen wir umzugehen. Ich weiß gar nicht, ob die lieb oder böse sind. Gruselige Vogelscheuche. Sag mal, wo ist denn der Gans? Du bist ja im Arsch der Welt. Ja, du warst eigentlich schon fast genau neben mir. Ja, aber ich bin immer... Also, ich sehe dich ja klar und deutlich da auf der Map hier. Aber irgendwie komme ich nicht näher. Du bist da ganz unten irgendwo in den Wäldern. Also, ich läufe die ganze Zeit auf dich zu. Versuchen wir mal hier runter zu kommen. Vorsicht. So weit kannst du eigentlich nicht. Boah, hier ist ein XXL-Kürbis. So ein richtig giganto. Okay. Okay, kurz Taschenampel anlassen und gucken wir uns den Kürbis machen. Sieht ja schon cool aus. Ja, da ist ja einer. Uff, Alter, das hat einen riesen Kürbis. Hallo, Rodinski. Hallo. Kann man den anzünden? Nee. Also, den weiß ich hier nicht. Oh ja. Ich habe zehn von hundert. Ich habe 13 von hundert. Jetzt brauchen wir halt... Wir brauchen eine Sicherung. Ja. Müssen wir mal weiterlaufen, ne? Ja, schleich mal am besten. Dann machen wir noch weniger Krach. Okay. Ich bin irgendwie über dich gerade drüber gestolpert. Echt? Ja. Boah, was machst du da? Ich mache gar nichts, wieso? Ich kann halt, äh... Irgendwie auf dir gehen. Okay. Ich denke mal, gehen können wir schon, ne? Ja, ich mache lieber ganz ruhig, ganz langsam, ganz gechillt. Wir müssen da hin, ne? Also, irgendwo da hoch. Oder wollen wir einfach mal hier runter? Ne, wenn wir da wieder hingehen, denken... Ja, gut, quasi, ne, du bist tot, ne? Ja, ich bin tot. Weißt du, warum du tot bist? Ne? Äh... Weil da ist gerade ein Bootsmotor auf dich gelandet. Wow. Halten, halten sie... Maus... Wir haben was gedrückt, um Freund zu helfen. Ja, dann halten wir mal gedrückt. Ja, was soll ich... Was soll ich denn... Du sollst nicht auf mir rumlaufen. Ich versuch dir gerade zu helfen hier. Aber irgendwie geht das nicht. Vielleicht mal bücken oder so? Bück dich, du Luder. Vielleicht nimm mal deine Taschen im Bau aus der Hand. Dann wieder mich die aus der Hand. Ja, muss man mal gucken. Inventar oder so. Hier steht irgendwas mit drücken sie Maus irgendwas. Kann man nicht lesen. Ja, schick mal Bild. Kann man nicht lesen. Maus O oder sowas. Versuch mal. Ja, schick mal Bild. Kann ich... Äh, gibt's hier Einstellungen? Spiel... Spielanleitung. Okay. Hm. Versuchen wir jetzt mal ein paar Tasten hier. Die Alter hat schon einen knackigen Arsch, ne? Ja, gut. Äh... Ich hab deine Taschenlimper weggeschmissen. Hm. Ne, ich kann dir hier irgendwie... Ja, ich kann dir nicht helfen. Was passiert, wenn du jetzt komplett tot bist? Weiß ich nicht. Was kann das heißen? Maus? Wollrad ist es nicht. Das ist Taschenlampe. Das ist Taschenlampe. Und das ist das... Und das ist das Ding, wo du jetzt hier drücken. was machen wir jetzt liegst hier wie so ein bauliches quasi keine ahnung was wir jetzt machen also deine taschen aber wie der motor kam außen nichts aus dem himmel auf dich rauf gefallen okay ja so ein richtiger richtiger großer bootsmotor also ich habe euch auf jeden fall hier geht es hier ne sag schnell halt sieht aber immer noch wie ein von bei mir gehabt und zu näher motor aus vielleicht ist es irgendwo näher in seest möglich ein boot dafür zu finden du hattest ihn dabei da hast du gedacht okay aber wieso bist du gestorben jetzt keine ahnung weiß ich nicht weil ich hier war ja nichts und hat nichts angegriffen schon seltsam ja jetzt natürlich jetzt blöd wollen wir dann die runde bänden ja mach erst mal einfach weiter gut dann versuchen wir mal zum see zu kommen irgendwie vielleicht kommen wir ja hier durch den fluss also wir freunde so hier kommen wir nicht durch okay ich kann dir ja immerhin zu gucken ach das geht ja naja nichts drinne hier war es hier schon ja anscheinend war es hier schon naja da war ich schon ich habe hier überhaupt keine orientierung da ist wieder der riesen kürbis gut taschenlampe laden lassen der question die idee wohin ich soll gute frage ich habe hier überhaupt keinen plan wollen ich versuche jetzt mal irgendwie durch die wälder hier irgendwie hochkommen wahrscheinlich so okay wo sind wir hier so hier ist hier ist der weg oder auch nicht gehen wir mal jetzt hier mal wieder runter der große kürbis so entfernung jetzt mal von der kirche von den von den lift gucken einfach mal dass das wir das bootshaus ich glaube nicht ist es hier vorne das bootshaus wieder ich weiß das gerade nicht kämpfen wir uns hier durch ist hier so ein ekliges flüstern ne ja das ist ätzend ne allein nur vom zugucken ist schon recht gruselig ne das ding hier denken du musst dich da gerade richtig einscheißen na gut dann gehen wir mal nach drüben in den schuppen da rein gucken ob wir da irgendwas finden erstmal taschenlampe